Yo Leute, herzlich willkommen zu einem anderen Video auf meinem Kanal. Wir zocken heute einfach mal eine Runde GTA 5. Und Leute, oh jetzt hab ich einen Superschnitt verkehrt, egal. Es ist 6 Uhr morgens, ich hab die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich bin so müde, aber ich zock jetzt hier nochmal eine Runde. Ich hab auch keinen Bock, hab jetzt gerade ins Bett zu gehen und zu pennen. Oh Gott, Digga, ich bin so unkonzentriert. Also entschuldige ich mich ein bisschen, so. Ja, wenn wir in WarRide ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie die Prozente hat. Auf jeden Fall zwei Runden. Oh Leute, ich bin echt tot. Ich kann euch das gleich mal zeigen, wenn wir in WarRide sind. Das ist jetzt 6 Uhr morgens, ich muss mich nicht geschlafen haben. Echt richtig belastende Sache. So, komm. Also jetzt nicht so viel reden, ich bin einfach echt richtig müde. Oh Leute. Also wirklich ein bisschen entschuldigen, dass ich jetzt hier auch nicht so gut fahre. Wie gesagt, es ist 6 Uhr mit einer Nacht, könnte man noch sagen. Oh, nicht echt gebraucht, weil dann muss ich mir noch jubeln, sonst wäre ich nicht umfühlen. So, ich muss jetzt einen Punkt schnell. Ich tippe mal, dass wir jetzt hier den WarRide fahren müssen. Schauen wir mal, ob der WarRide schwer ist. Scheint nicht so schwer zu sein. Leute, was? Sie haben den Punkt nicht bekommen. Wollt ihr mich verarschen? Ich bin durch den Punkt geflogen. Und habe ihn nicht bekommen. Okay, Leute. Ist ein chilliger WarRide, der ist jetzt nicht unbedingt schwer. Den packen wir hier, denke ich, direkt. Noch einmal, nein! Was war das denn? Alter, wie dumm bin ich denn da runtergeflogen? Hey Leute, warum haben wir den Punkt nicht bekommen? Das ärgert mich gerade echt. Also sagen wir mal, ich wollte auch noch sagen, ich bin jetzt nicht der beste GTA 5-Spieler. Das muss man ganz klar dazu sagen. Man sieht es an meinem Level, ich bin gerade mal der Level 5. Ich habe es noch nicht viel gezockt. Auf der PS4. Ich habe es noch nicht viel gezockt. Ich zockte es wieder auf der PS4 mit dem Controller. Und jetzt haben wir den Punkt auch bekommen. So, jetzt aber. So, jetzt haben wir den Punkt bekommen. Und ja, Leute. Achso, genau. Das wollte ich jetzt... Digger. Ich bin echt richtig, 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 richtig tot. Wartet mal kurz. Also, ich werde jetzt nicht so viel reden. Ich werde jetzt einfach versuchen, hier. Ich werde es mir die eine Map geben. Ich nehme ich danach noch auf, aber... Ich brauche halt nur so ein bisschen vorproduzieren. Deshalb wäre die von nicht zu lange, weil ich würde ein paar Folgen aufnehmen. Wahrscheinlich. Mal schauen, ob das Ganze... Sind wir jetzt gleich mal in Runde 2? Ich habe jetzt schon keinen Bock, ob das Parkhaus fahren würde. Also, hier. So, komm schon. So, komm schon. Ich bin jetzt nicht der beste Spieler, dass er jetzt zu schwer sein sollte. Aber dann packe ich es auch noch nicht mehr. Oh, Leute. Ah. So, komm. So, ich habe jetzt hier gerade gar nicht gerechnet mehr, aber... Ist ja nicht so schlimm. So, jetzt sind wir wieder da. Und jetzt fahren müssen wir dann auch irgendwie mal direkt hier wieder hin. So, dann müssen wir dann auch mal direkt hier wieder in den WarRide fahren. Und den werden wir hoffentlich jetzt einfach mal am besten... ...fürst drei machen. Und den machen wir fest. Und den... Fall an. Genau gegen das Schild, aber sind gut gelandet. Und können direkt weiterfahren. So, Leute. Ich weiß, es wird eine sehr kurze Folge. Nur sechs Minuten oder so wahrscheinlich. Aber ist dann halt jetzt mal so. Kann ich jetzt auch nichts machen. Und dann muss es vielleicht so ein Double-Upload mal am Tag geben. Wo ich das dann einfach abends noch mal dazu packen werde. Oh, Leute. Ich bin echt tot. Und ich würde sagen... Stein und Aua. Und damit sind wir am Ziel. Und ich würde sagen, dass ich anscheinend noch einfach diese... Runde beende. Ich gehe wahrscheinlich gleich nochmal pennen. Und... Ciao.